hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück hier bei dead by daylight mit dabei ist der kannste bitte noch mal anfangen dabei ist der eminem meine damen und herren meine kamera rutscht weil ich auf den tisch gehauen habe das stimmt meine kam auf jeden fall danke pinkie also aber man ist ja auch noch da oder ja habe ich ja schon gesagt ja die andere wie es noch da entschuldigung hier wieder los schön wenn man über seine scheiße lachen kann ja 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 das ja aber ich dachte die liegt in die roys anstalt libero jenkins nein nein kam aber viel zu tut mir leid leute aber ich muss die kamera wieder ein bisschen richten pink hat einfach mal alles in die kamera wird es richten ich habe gar nichts gemacht das war der müsste was jetzt zahlen müsste pinkie heim bitte alle auf ihren kanal gehen und erst mal einen fetten like da lassen hat sie jetzt davon dankeschön nein nein das soll eine bestrafung sein hier nix dankeschön ja ja natürlich dislike nein like ich habe gleich gesagt fetten daumen hoch geben hier umso mehr es sind umso mehr schämen sie sich ja stimmt nämlich auch so was ist denn nun hier ja wer hat dann nicht bereit gedrückt von euch ich weiß nicht wer das war jetzt geht's da muss man schon nur ein bisschen ich habe keine ahnung war fürs was jetzt aber wirklich nicht wo oder nein das wird eine torte nein das ist aber nicht meins die letzte maske dann fasse ich die nicht an man bringet mir erst mal meinen vorkoster bitte leckt sie ab und meint doch nö nö die schmeckt die nicht ich nehme die gleich mit das schmeckt nur mir ja ach ja jetzt habe ich nicht aufgepasst oder angezeigt welchen killer wir haben ich habe auch nicht aufgepasst ich war da voll neben der spur ey ja das ist aber ein überei lass uns doch überraschen ja ich habe ich habe mich gerade voll voll auf auf kuchen fixiert und so und habe mir das so vorgestellt so ein schönes stück kuchen mit schlagsahne käsekuchen mit schlagsahne ist mir egal was für kuchen oder mondkuchen lauch aselnusskuchen mondhackkuchen nussecken das wäre jetzt kokosnuss flocken locken flocken ach so locken ich dachte was hast du nur für einen friseur locken ist auch ich habe kokosnusslocken guck mal wie das aussieht warum nennt man das so schnuppe mal dran ich glaube der killer ist raus und da sind wir im spiel meine damen und herren also der killer noch da ist ich bin im spiel wunderbar ja ich auch ich bin ich ach und entkommen und da sind wir entkommen was war das für eine runde meine damen und herren ein wow stress voll zu den nächsten wir haben gewonnen ey wahnsinn wahnsinn wah bei mir wird es immer noch habt ihr gesehen habt ihr gesehen wie ich das gemacht habe habt ihr das gesehen ha unbegreiflich also wie du das wieder geschafft hast ich leite dem zwischen den beinen hindurch murphy springt über seinen kopf macht es so ja 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 und zack waren wir draußen so ein skill hätte ich auch gern ja so würdest du uns wieder nochmal einladen pinkie ja bei mir ist alles stehen geblieben moment warte warte vielleicht pinkie bleibt die zeit stehen so kannst du dir annehmen warte ich guck jetzt nein ich kann mir das spiel austrächsen tut sich was ne es tut sich nichts äh bei mir nicht ich stehe da mit drei Schatten ok nemesis hat ein Schatten ja das weiß jeder das ist nichts und das kennen wir schon hier anders ich habe einen großen Schatten und werfe einen großen Schatten von dem her hey das habe ich nicht gesagt doch das habe ich jetzt genau gehört pinkie mhm mhm sowas würde ich niemals ja genau sowas würde ich niemals sagen äh vielleicht ein bisschen nein komm schon gibst du komm gibst du nein komm schon nein ein klitzekleines bisschen nein für mich bitte nein so die Miss Pinkie habe ich jetzt nochmal versucht einzuladen komm wo ist sie denn hä wo ist sie wo ist sie wo ist die Einladung wo ist das bei Daylight wo ist das wo ist das was 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 ja wo wo ich habe doch hier gerade hier da den nochmal hier ja 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 jetzt komme ich nochmal hier so schnell geht das echt jetzt wow zweimal klicken schon geht's ey wow das geht nicht wahr für erwachsenen Zuschauer so geht das da muss man die richtigen Schalter drücken ich habe du hast du hast ich hätte aber ich habe nicht du hast mich gefragt du hast mich gefragt du hast mich gefragt und ich habe nichts gesagt dich dictieren ich bin ich bin m ne am schluss kommt immer unser captain freunde sie fliegen um zu fliegen 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 unser captain oder einem zwergenhaus versteckt den tiefen weil ich jetzt warst du denn kennst david den klubauter mann nach david den kalt doch den kenne ich ja da wird der klubauter mann ist 400 jahre in seinem zwergenhaus versteckt im tiefen wald das habe ich tatsächlich früher oder ich verwechsel das gerade aber ich denke schon dass ich das noch geguckt habe also ich habe wieder seiner frau immer ein küsschen gibt in dem sie sich die nase reiben ja genau 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 das habe ich gesehen ja das spiel mit guck mal pinky wer damit spielt mensch wir müssen den panda retten pandas sind eine bedrohte tierart die pandas jetzt dachte ich schon so so ne ente oder ein käfer ach nö ach nö ach nö ach nö lasst euch mal überraschen nö ja bei mir steht gar nichts doch jetzt so ein verletzter überlebende kann von einem anderen überlebenden geheilt werden boah ne achte auf den roten fleck des killers wenn du ihn siehst hat er seine tage sag euch nur eins raus und los geht's okay ich hatte ja wieder alles neu aus nee ich werde das totem ich übersteuere gerade es tut mir leid es ist tot das totem ja es ist nach tot prüf es nach ich guck mal ja bitte guck mal gerade es ist also ich kann hier also irgendwie kann ich nichts entdecken wenn es zusammenfällt ist es tot ah ok dann ist es leider kaputt pinkie in ordnung pinkie in ordnung ja alles in ordnung das totem war tot äh was das totem war tot oh nein oh nein das ist die Huntress Huntress die Jägerunen die Jägerunen it's the Huntress oh my goodness ich wusste das schon warum schreist du denn so hier ist aber irgendwo ein Jäger da ist ein Jäger die Panda liegt auf dem Boden was macht der da der liegt voll auf dem Boden oh no oh no ok mit der Pinkie geht es durch jetzt you look amazing oh that's really great die Pinkie hat sie ausgetrickst wenn du das warst Pinkie dann hast du sie gerade ausgetrickst welcher ist da gerne aus der Arter läuft ah shit ich hab's Hose rechts wa komm her jetzt kommt sie glaube ich zu mir gleich nee na sie kommt du hast sie getriggert wieder oh oh komm her Moshkin lass sie lass sie lass sie komm hier komm 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 warte mal warte mal warte mal oh wow ähm der Panda fährt freiwillig in die Schrottpresse ich wiederhole der Panda fährt freiwillig in die Schrottpresse du kannst mich nicht treffen du kannst mich nicht treffen such mir hier hinten mal noch einen anderen Jen dann könnt ihr euch da beschäftigen und spielen und ich mach mal die Arbeit so ein bisschen ja oh ich muss hier weg ich muss hier weg ich muss hier weg 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 oh mein Gott ich hab mal eben einen Haken kaputt gemacht ich dachte mir so das ist vielleicht cool und so ja das ist voll cool aber ich muss hier weg sie will mein Popo sie kommt in meine Richtung sie kommt in meine Richtung sie kommt in meine Richtung ich geh mal rächen ich geh mal rächen und retten ja mach mit dann geh ich an deinen Jen ok ha 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 tschüss du Hexe au 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 sie hat was nach mir geworfen sag mal spinnst du da kennt die nix da ist unglaublich mit der ja die ist so wütend da musst du immer Sachen werfen hier ha ha wirf jetzt mal was äh hu ha 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 oh ne oh ne das war dumm oh oh äh ok sag mal Hasi bleibst dien warum machst du heute so einen Schweinekorb fahren ich soll auch ich soll da wickeln nein vergiss ich mir wickeln was ist denn mit Hasi passiert Hasi ist jetzt Schweini oh mit Schweine meine ich nicht Schweinsteiger oh sie kommt zu mir oder ich chill hier ich häng hier ab ja chill mal alles cool chill out ey chill out man hallo 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 ich bin Fisch ha ha oh hi hi du musst laufen oh dankeschön laufen laufen ich geh mal ja wir laufen dann in dieselbe Richtung als die Tiere den Wald verließen wir beschützen dich geh zu meinem Jam zurück geh zu meinem Jam geh zu meinem Jam geh zu meinem Jam geh zu meinem Jam ich schaff das ich schaff das ich hör sie äh sie kommt mhm ich hab dich geil dankeschön ja hier die Äxtre fliegen das tut man nicht die wirft ihr ganz schön übel mit Panda Panda liegt wieder ja Panda ist tot ne ich glaub Panda ist tot ja dann dann ja dann achso ich bin mal weg man lass den Panda in Ruhe du bist böse manche Leute kann man nicht retten ja ich merk das schon die ist so so die ist nur nicht tot guck mal oder doch 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 ja ja gut okay machs gut Panda bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen Spiel Panda das Spiel das ist die große bunte Panda schon wir sind alle mit dabei oh das war so kurz vor knapp dass ich den oh man ey oh ne Murphy bist du gestolpert? ja man ey wie Pinky lacht es klingt richtig böse von Pinky nein mich hat sie gleich jetzt hat sie mich oh no da hinten ich stehe dich ah ich ähm bin sofort unterwegs also der Jen den brauchen wir nur antippen der ist ja fertig hier bei mir wo ich hänge meiner ist ja auch bald fertig was aber den Haken hab ich doch kaputt der kommt doch die spawnen doch wieder neu ne echt? ja 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 die bleiben bloß 2-3 Minuten weg wie nutzlos ist das denn bitte schön mach den Jen schnell fertig ja super die kommt zurück sie kommt zurück aber den Jen kriegst du fertig ah ich musste niesen jen? nein ah ich musste niesen ja ich musste niesen sie ist hinter dir her oh ne Leute macht das doch bitte nicht au au Murphy warte Murphy warte ja nicht mir bleibt nichts anderes über irgendwas schlägt mit Tarsy nicht du siehst nicht gut aus du hast dich ganz schön verändert oh ne oh ne oh ne oh ne oh ne sie kommt sie kommt sie kommt sie kommt sie kommt sie ist äh 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 ich würde jetzt hier hoch ne Axt werfen glaube ich ne macht sie nicht komm 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 lauf 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 und da hat sie mich schon wieder geht auf Pinky und rette sie nein warum rette mich ab schon nein nein ich will nicht nein ok dann geh ciao warte 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 stopp warte 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 ich krieg das schon hin schneller schneller warte das ist nicht so einfach aua was für wehgetan sie kommt wir müssen gehen 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 macht euch erstmal wieder heile ah das versteht ihr unter heile machen Gehen, retten Los Ja, was denkst du? Ich kann nicht Ich mache hier gerade Opfergabe Ich laufe hier voll in die Reine Sollst du nicht in die Reihen laufen In die In die Reihen laufen Mensch, wir kennen dich Sie kommt, sie kommt Oh nein Leute, warte, warte Ich bin gleich da Ist jetzt genug mit hier am Haken hängen Hör auf, nein Aber au Die wirft mit Beilen nach mir Die hat nicht getroffen Die hat nicht getroffen, aber es hat er nichts gemacht Oh, das war knapp Nein Daneben Leute Ja Ihr denkt auch an mich, oder? Ja, ich bin unterwegs, aber ich habe den Menschen auf Wo bist du denn? Warte, warte Oh Gott Ich dachte gerade, du willst mich runterholen Warte, ich der andere auch Die, 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 die Ähm, wo ist der andere Generator? Ähm, irgendwo bei einem Haus Ja, bei dem Hügel Der Generator beim Hügel, den müssen wir machen Ja, dann mach du den beim Hügel und ich hole Nemi runter Nein, mach den beim Haus Geht ohne mich Lass den Dicken zurück Nein Nein, wir lassen den Dicken nicht zurück Sag mal, so weit kommt es noch, oder was? Ich habe mir beide Beine gebrochen Lasst mich um Himmels Gottes Willen zurück Nein Die Beine und die Köpfe wieder dranschrauben Ja, da gibt es den Gamer in Secondhandladen Die haben bestimmt auch Beine Ja Sie kommt, sie ist rechts von wem da auch immer Ja, aber Wieso ist denn der zur Hälfte wieder weg? Achtung, weil Schwein gehabt Ja, ist ja ein Schwein, ja, genau Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, come on Und jetzt? Ja, jetzt bin ich tot Ich habe dich geopfert Los, Murphy Raffin Gleich Nicht Mehr Das habe ich nicht, das habe ich nicht mehr Okay, da sind zwei tot Wappi, du kannst die Luke suchen Ich muss ja den Jane erstmal machen hier Nein, musst du nicht Muss ich nicht? Nein, musst du nicht Das haben sie auch geändert Achso Oh, jetzt hast du mich Oh nein Ja, da wusstest du doch schon, dass ich hier bin Das machst du einen, oder? Das schaffst du Ach, der hat mich schon gesehen Hallo Au So offenen Nacken hat es jetzt gegeben, wa? Ja Auf den Nacken Toll Ah, da sieh, Luke Luke, rechts, rechts Da hinten Ah, oh mein Gott Nein, du bist links Ich weiß nicht, wo, keine Ahnung Rechts musstest du gehen Du bist links gegangen Ich bin rechts gegangen Nein, du bist links gegangen Man muss immer schön durch die Mitte Ach, egal Mann, oh Tut mir leid Ich hab's auch gehört Aber ich dachte schon Pinky schreit dazwischen Ich halte einfach das Maul Pinky ruft Rechts, rechts, hinter dir Links, links, links Rechts, links, hinter dir Oh, voll geil Hey, hallo Ich hab 14.699 Punkte Also, bitte Wow Richtig was gemacht in der Runde Nix von Bedeutung Der Zimmermann In VA So, dann Zweite Runde, ne Ist klar Das ist für mich die letzte Runde Ich bin nach einer Runde dabei Dann wär ich Raus 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 Wenn ich am Abend Die Treppe hochgehe Für ins Bett Ja Da rennt sie voraus Was macht sie für ein Geräusch? Normale Katzen Miau, miau, miau Sie Okay Okay Wenn ich in der Nacht pinkeln muss Und die Treppe runtergehe Kommt sie auch mit Und dann rennt sie runter Und macht Das ist ne komische Katze Wenn man sie ruft Macht sie Ich sag euch Die ist nicht von dem Planeten Ich warte nur darauf Dass sie irgendwann Hier so wie ein Critter Einfach zwei Meter groß wird Boah, aber das wär cool Oh ja Ich bin mit dem Roller auf Arbeit Wie bist du gekommen? Mit meiner Katze Das wär echt cool So Jetzt müssen wir aber alle entkommen, ne? Jetzt müssen wir alle entkommen, jawoll Genau Okay, wir hören erst auf zu spielen Wenn alle entkommen Nein Na gut Die letzte Folge war ja ganz gut gewesen Da sind wir ja entkommen, oder? Teilweise Einer ist gestorben Wir sagen nicht wer Wir sagen nicht wer Letzte Folge Letzte Folge Jetzt hab ich letzte Runde verstanden Wollte ich so sagen Jaja Unsere Geister waren frei Ja Nein, die letzte Folge Achso, Entschuldigung Also Wir sagen nicht wer Wer es nicht geguckt hat, nachgucken Genau Wer es nicht Ja genau Wer es nicht gesehen hat Jetzt gucken Hier direkt Pause Tablet holen Und darauf weiter gucken Oder auf dem Fernseher weiter gucken Aber hier nur Pause Nicht wegschalten Genau Ach, das ist eine neue Karte Oder ist Skiort Nein Die ist nicht neu Hier stand gerade Skiort Und ich kenn die noch nicht, Pinky Für mich ist das eine neue Karte Na gut, dann ist das für dich eine neue Karte Ja, immer machst du mir alles kaputt Also für mich auch Ich komm mir vor Als wäre ich in der Schweizer Alpen Ach nee, ich dachte, hier wäre eine Karte Oh nee, nicht schon wieder bei mir Da habe ich echt das Zepter weitergegeben Das finde ich gut Ja Ja, ich auch Ich gehe zwei Schritte in eine Richtung direkt Wer ist es denn? Keine Ahnung, ich habe niemanden gesehen Aber es ist ja nicht leise Ich habe gerade schon Jen gehört Wo ist sie denn? Ja, hier oben Ach, da oben Hallo Hallo Hallo, Miffi Ach, nö, komm schon Guck mal zum Häusken Ja, ich auch Oh Nee, mach das nicht Ich gehe mal weg Tschüss Ja, natürlich Lass mich alleine Wenn du ja alles knallen lässt, gehe ich weg Das ist der Drabber Der Drabber Ah, da, jetzt sehe ich ihn Ja, da, genau Also rechts da drüben bei einem großen Turm, ja Hallo Herr Killer, ich sehe dich Da bist du Was machen Sie hier? Gehen Sie bitte weg Gehen Sie bitte weg Nein, da ist dein Killer Ich habe den gesehen Da Und da ist die Mrs. Pinky Oder? Bist das du Pinky? Ja, das bin ich Ich bin doch pink Da ist die Mrs. Pinky Er weiß, dass ich hier bin Nein, er ist weg Ah, er sucht dich Ja Ich habe immer noch Herzschlag Na, das sind sie aber Oh, lass mich in Ruhe, du Schlingel Also bis zum Ah Ich habe es doch gerade gesagt Andere kriegen Geld dafür, weißt du Wenn sie sowas machen Habe ich nicht gesagt Was? Ich kenne sowas auch nicht Was, Ruffy? Was du gerade gemacht hast hier Ich bin in einer Falle gefallen Er gelaufen Das weiß ich doch Vorsicht, links von mir am Fenster ist eine Falle Okay Ich mach den Jen fertig Wir machen gerade den Jen fertig Und dann holen wir dich alle Ja, 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 ciao Pinky, du kannst dich gerade nicht hören Pinky Lass mich ruhig alleine Aber Frage ist, von wo? Das war nicht gut Links neben dem Haus ist er Jetzt kommt er da Jetzt gehe ich in meinen Beugen Das war Pinky, das habt ihr genau gehört Nein, das war ich nicht Also du hast gesagt, beim Fenster Wo beim Fenster? Ja, Vorsicht, Vorsicht, mach ihn ein Oh Gott Schrei mich doch nicht so an, ey Ich hab dich voll Angst dazu Fass mich an, los Ja, dann beweg dich nicht Halt still hier Halt still Jetzt heil mich an Hier, hier ist die Falle Hier, hier, hier Wo ist die Falle? Wo, da, 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 da Dann entschärf sie mal Ja, ich mach sie mal kaputt Mach sie mal kaputt Kaputt Oh, da steht, da liegt jemand, würde ich sagen Den hat man ja nicht Und die Ecke und die Pinky brüllt mich erst mal Hä, hä, hä Was? Ach, was ist denn das für kleine, für kleine Zonen? Ist das hier immer so? Nein, das kann man auch so einstellen Beziehungsweise mit Addams irgendwie Das gibt's ja nicht Ja Vom Killer her, oder was? Ja, 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 ja Gehen Sie bitte, bitte weg, Herr Killer Hier gibt's nichts zu sehen Oh Gott, ja, das ist, das ist so ein Perk Oh, jetzt kommt der schon wieder, ey Äh, geht jemand hin? Ich geh grad Gut Ich kann gerade nicht Ich sitze am Den Und ich setze es aus Vorsicht, nein, nein, komm, nicht zu mir Nichts hierhin Jeder ist mir auf dem Pferd, glaube ich Ich tue das, was mir befohlen wurde Achso, mal wieder ja nichts Ach, was denn? Ich lecke meine Finger in den Generator Eww Ja, sie sind so richtig schmutzig schon Wir müssen mal Generatoren machen, ja, das wär wichtig Ich versuch es ja Ich bin doch schon dabei Bin ich gut, weitermachen Ja Ja Er kommt hier her, er kommt hier her, oder? Ne, ne, ne Ist er noch bei dir? Ne Wartest du? Ne, ne Er ist, glaube ich, in meine Richtung Na, er kommt wieder zurück Ja Dann hat er nur her, komm her Tschö Tschüss Dann hat er sich nur eine Falle geholt Ich hat mich gleich Ach, Mann Ach, Murphy Er kommt hier und haut mich Ach, warum haut er dich? Ja Ja Weil es der Holz, Michaelis Ja Weil es ein ganz fieser Möpp ist Möpp ist? Ganz fieser Möpp Hat er Möpp es? Ja, ja Bist du tot, nein Noch nicht, aber gleich Wenn ich Murphy jetzt da runterhole, dann ist er tot So, jetzt aber weg, 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 weg Komm mal mit, komm mal mit Oh, ja, ja, ja Ich komm mit Jetzt gehen wir dann nämlich hinter den großen Ja, jetzt gehen wir hier in den großen Stein Oh mein Gott Oh mein Gott Pinky, Hilfe Ja Nö, 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 nö Ich, ich lass euch weiter alleine Ich lass mich, nö, nö, nö Ich lass mich, nö, nö Ich lass mich, nö, nö Ich lass mich, nö, nö, nö Ich lass mich, nö, nö, nö Ich lass mich, nö, nö Oh, das ist so schee, so schee Lass dich wohl nicht betatschen Ja, voll die tiefe Stimme Ich weiß gar nicht, warum das so ist Jetzt gucken wir uns schon Vögel zu Und jetzt fliegen sie wieder weg Okay Dankeschön Das hast du so gut gemacht Oh, du wärst die Fuffi Oh, Albträume Ich auch Irgendwie höre ich die Killer hier War der jetzt hier fertig? Nee, der war immer noch nicht fertig Der ist hier Der ist hier Der will mal den E-Dorn Oh, dieses blöde Perk, ey Weißt du, warum du den Killer hörst? Weil er bei dir ist Ja Wie recht sie haben, junger Mann Mr. Nemesis Einstein Danke Ach, das ist immer nur der erste Der so schön ist Mal Was macht Ameba? Ich hab keine Ahnung Ich seh sie nicht Er, sie ist Also wenn Wenn da Wenn keiner von euch An einem Jen sitzt Dann sitzt sie An einem Jen Achso Das ist doch schön Einer rennt glaube ich Vom Killer weg Ja, ich glaube ich Ich bin in Kommen Bist du gerade Das Dach hoch Oder irgendwas? Ja, ja, ja Alles klar Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg Nein Das habe ich euch beobachtet Ach, shit Ich bin so langsam Warum bin ich so langsam? Weil er dich geschlagen hat Ich bin so langsam Langsam Ich bin so langsam Aha, das war gut Ich bin so schrecklich langsam Ich bin der Raas Ich muss wiggeln Oh Ja Direkt raus Da ist ein Haken Ich glaube der Killer kommt jetzt zu mir Es gibt viel zu viele Haken Und ich schaffe das nicht Oh Oh Er kommt Er kommt Schaffe ich noch Hallo Bist du runtergefahren? Ich will das noch schaffen Ich will das noch schaffen Das darfst du nicht Oh, oh, oh Ist super leid Ist super leid Ja, ist super leid Du musst das Plaster nicht einfach so abreißen Ja, doch, doch Ja, nee Das muss man ganz schnell machen Ah, meine Beharrung Ja, hallo Ich auch Hallo Achso Ich bin auch verletzt Nee Murphy, bei dir Ich bin tot Alles klar Ich bin tot Ach ne Murphy Ja Ich bin tot Oh Murphy Ja, doch, jetzt ist es soweit Oh Murphy Aber Murphy Ja, was soll denn das Ja, es ist halt schlimm Warum tust du uns das an? Ja, das ist Jetzt bin ich wieder schuld Also wirklich Ja Ja Murphy, wir haben dir gesagt Du sollst den Killer nicht Nicht hier Nee, dann gehe ich halt mit Wördus Bitteschön Nee, dann ist das so Ja Sorry Ach, er hat überladen dabei Keine Panik, keine Panik, keine Panik War überladen? Ja Sind wir in Skyrim? In Fallout? Das kenne ich zu gut Ja Schauen wir mal, was die Miss Pinky hier macht Meine Damen und Herren Sie rennt hier in ein Haus rein Sie will es renovieren Sie findet es nicht toll Sie findet die Ausstattung öde Sie guckt sich an Was sie, wie sie die Wände verschönern will Welche Farbe wird es wohl werden? Hier sehen wir schon mal das Grün Natürlich Pink Ganz toll Da wäre nie einer drauf gekommen Ach, die Stufen hier Gucken Sie sich mal die Stufen an Das ist ja alles nicht schön Jetzt rutscht sie auf den Stufen hier hin und her Und lässt da gleich ihr ganzes Blut liegen Und sticht sich Mann, Mann, Mann Nicht schön Ja, ich weiß Nein Was ist das? Das war nicht nett Hier sehen wir den Nememis Die er am Boden liegt Macht euch nicht lustig Der Kinder Guckt schon vom Fenster Auch eine Falle hin Ja, ja, ja Das ist ganz mies Ganz mies Ich werde wickeln Ich werde wickeln Ich dachte, er läuft selber in seine Falle Ja, ich bin schon gefreut Bist du nicht jetzt auch tot? Nicht im Keller Nicht im Keller Doch im Keller Er will dir seine Pornosammlung zeigen Das ist sehr schön, aber ich mag den nicht so Nein, ich bin noch lange Achso, ja, gut, jetzt, ja Pinky, mach den Generator und hau ab Nö Was macht denn die am Möbe hier? Ja Die macht den Geln und ist gleich fertig Wo ist denn der Killer? Dann könnt ihr schon mal zum Ausgang Dann Pinky, du kannst mal zu einem Ausgang gegen den auch machen Nein Ich rette den Nemi Doch, nein Den kannst du dann auch immer noch retten Hier Weg Nemi Oh, was hat er jetzt gemacht? Oh mein Gott Oh mein Goodness What had you done? Ich habe es dir gesagt Und jetzt hat er Lüt Was? Noch nicht Die Amöbe ist hier am rumkriechen Sie weiß nicht gerecht, was sie machen soll Was denn? Die Amöbe ist hier am rumkriechen Ja Ja Ich weiß gerade nicht, was sie machen soll Ja Versuchte ihr Verhalten zu deuten, aber geht nicht Sie hat Cracker in der Hand oder Knaller oder was auch immer Das sind die Knaller Firecracker Firecracker Und da ist der Killer und er hat sie nicht gesehen Uh Wie sein Geist auf der Karte Ich glaube, er verfolgt Pinky gerade Die könnte ja irgendeinen Ausgang aufmachen gerade Aber macht sie auch jetzt so, glaube ich Ja, 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 ja Sie schmeißt jetzt Böller vor Da ist eine Falle Falle, Falle Ist aber auch total un Äh Was wollte ich sagen? Unauffällig, wollte ich sagen Ist total unfallend Wieso geht sie weg? Ach, sie hat Herzkopf Wegen der Falle Falle ausgelöst Ja Bei Pinky können wir zugucken, ob der Killer die Falle wieder hinstellt Er stellt die Falle wieder hin Wunderbar Wo ist er, der Killer? Wo ist er, der Killer? Pinky ist auch der Wahnsinn Sitz hinterm Stein und zeigt irgendwo hin Ah, ist es Ich hab's gesehen Ah, er spielt hier Was denn? Ja Pinky ist hart konzentriert Ja Und deswegen sagt sie nichts mehr Muss ich auch den Bauch halten Die ganze Zeit Ja, es ist Nicht schön Beide hinger auf einmal schon mal Achtung, der ist klug Der schneidet Wege ab Das ist nur eine Wegschere Wer ist Metzger von Beruf Darfst du ein bisschen mehr sein? Ja Au Das war's Die Amöbe ist ganz alleine Meine Damen und Herren Im Schrank Immer noch Immer noch Die Luke Die ist immer noch im Schrank Oh Oh Sie will die Lupe haben Jetzt kommt raus Die weißt ja gar nicht wo die ist Oder ist die hier? Dann hat sie Nein, die würdste gleich suchen Oh, vielleicht hab ich ja frei Nein, 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 nein Nein, nein, nein Nein, 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 nein Nein So, wenn die aber jetzt nach hinten seinem Stimmen Ach, wenn die aber jetzt nach hinten geht Also in die Falle Jaiej Deckel Lauf raus Pinky Nein, 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 nein Ich bin angeschlagen Wartet der killer wird sich jetzt mit der möbel vergnügen im keller ja wir wollen keine bilder das wird ein bisschen einzellig ja 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 es tut mir leid also die mrs pinky lässt leute gerne im stich ich mannte mann früher an die mate echt ja weil ich alle in stich gelassen habe ja ich hab das mit warum sagt mir das keiner das ist okay ist okay sie hat extra für mich das türchen geöffnet also hallo ja 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 das klang sehr merkwürdig so you just left her there okay dann würde ich sagen beenden wir jetzt die folge ne oder machen wir das tun wir oder ja was was gibt es denn noch zu sagen ich habe gerade ein hänger eine frau die von sich sagt ich habe ein hängen macht's gut ihr leben bis zum nächsten mal und schaut mal bei den anderen vorbei also nennen ist auch gott sie kann es sogar wiederholen du weißt schon dass die leute nehmen es eingeben aber dein namen besteht doch da oben weißt du die können das sehen du sag mal dem es ist hast du see of thieves zufällig natürlich auf der xbox da könnte der sogar mit uns mitspielen frau pinky also wenn er wenn er da wenn ihr wenn ihr wenn ihr mich gerne dabei haben würde dann ja muss die pinkie sagen ich bin ja nur mitspieler die folgen haut ja die pinkie raus ja ach so du bist auch nur mitspieler ich bin auch mitspieler ich hau zwar auch ab und zu paar folgen raus aber wäre doch lustig wäre doch lustig also von daher mit dem rat würde ich mich jetzt verabscheuen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen abend ja bis zum nächsten mal danke gleich Bis bald. Bye.